So, wir haben jetzt das zweite Mittagessen hier im Saigon Gondaro Resort. Erschreckend. Wieder so ein Tellerreist, wieder nur Gemüse, Kohl, Kartoffelsuppe, Fisch, okay, aber für zwei Personen arg wenig. Also es ist wieder, ich denke, es wird wieder so sein, man wird wieder mit Hungergefühl im Bauch. Hier den Platz verlassen. Es ist traurig, aber es war.